Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich habe schon das Video eigentlich aufgenommen, das heute kommen sollte. Allerdings habe ich versehentlich den Effekt aktiviert, das war den Überpegel-Effekt. Keine Ahnung, wer den erfunden hat, wie dem auch sei. Ich nehme das Video jetzt nochmal auf. Wir machen ungefähr dasselbe. Zuerst versuchen wir den Doktor... Wie heißt der? Doktor Evel zu besiegen. Vielleicht schaffen wir es dieses Mal, weil ich habe ja schon Erfahrung. Also, ja. Gleich, wenn wir uns eine zweite Leitung gönnen. Weil bis jetzt der Regel. Gerade. Und zwar den skillen wir jetzt auf dieses Streuen halt, damit er so richtig, richtig streut. Und den auf die Rakete. Das ist unser Missile Launch. Off. Off. Der hat es aber gut mit so einem Detail. Ich fühle mich gerade, denke ich, so komplett fehl am Platz. Warum auch immer? Ich habe keine Ahnung. Warum? Wahrscheinlich, weil ich all das Video so so ähnlich schon aufgenommen habe. Aber, ja. Nur die Bündchen. Wir kommen besser durch, glaube ich, als beim letzten Mal. More Bananas. Ich habe ja gelernt, wenn ich im German Let's Play immer gleich aufs Geld gehe. Ja, ja. Glaubt man kann. Und das Teil ist auch mega krass. Ich habe das gefunden. Ich dachte, irgendwie das killt mich, weil es die durchlässt du mir. Aber nein. Der holt die also durch sozusagen. Also, der nimmt sie. Das sind Gleibolons, oder? Hier. Der macht sowas. Das finde ich halt übelst cool. Weil er halt stark ist. Hier. 3600 kostet das. Alter. Das kostet nur 900. Bananas. Ist das richtig? Okay, ich brauche 6800. So. Bananen. Nein, was? Warum seid ihr so schnell? Das ist so gut aus. Okay, diesmal gehen wir nicht auf die Bananenplantagen. Wir gehen jetzt einfach nur komplett auf diese Cluster-Dinge. Also die halt, ja, auf die. Und wir skillen halt das linke. Nur das linke. Weil es streut dann halt so, was, glaube ich, gegen die Masse richtig gut geht. Hier haben wir diesen Splitter. Und hier ungefähr werden wir die blauen Dinge hinstellen, weil es halt sich irgendwie so gut anbietet, dass wenn da wer durchkommt, dass er sich halt gleich wieder zurückschleudert. Hier, ich würde komplett auf die Cluster gehen. Die helfen sich gegenseitig jetzt. Zerstören. Nein. Warum verfehlt der mal? Hier, das ist alles gut. Bis jetzt. Hier, noch eine Bombe. Extra Range. Uff. Ach, nö. So, hier gehe ich auf Begabombs. Hier werde ich auch gleich level. Werde ich es auch gleich level. Und ich werde es auch gleich level. So. Bis jetzt sieht es mehr oder weniger gut aus. Ja. Die Situation ist, glaube ich, ziemlich kritisch. Ey, was halt der so schnell? Ey, an den verliere ich mein ganzes Leben. Jetzt mal ehrlich. Ich werde doch so safe an diesen schnellen Sterben. Was habe ich da gerade aktiviert? Ich habe keine Ahnung. Nur ein Echo-Boost. Ja. Geil. Ich habe keine Ahnung, was da ist. Noch Begabombs. Ja, das Teil. Das ist okay. Zu dem will ich auch hin. Euro 6, 700. Und gleich, wenn das Licht reinwollert, dann seht ihr die Macht. Betrachtet diese Macht. Schaut an, wie mächtig sie ist. Sie legt alles in Schutt und Asche legen. Ja. Ich wollte gerade sagen, es ist vollendet. Das ist aber gar nicht. Also gut. Hier. Ey. Das ist so stark. Ich könnte natürlich auch irgendwie jetzt in den Titel schreiben. Dieses Item sollte verboten werden. Heute ein guter Tag. Heute kein Klick. Okay. Wir haben ein Problem. Okay. Bei uns sind eh schon eben die 10.000 Bluons durchgekommen. 51 jetzt, um genau zu sein. Also macht uns dieser eigene Tarnbluon jetzt nicht wirklich. Was? Ballerst du den nicht an? Was? Als ob ich defeated bin. Als ob. Ui. Ich glaube, das haben alle meine Nachbarn gehört. Üps. Komm. Wir gehen nochmal. Wir gehen nochmal. Wir geben nicht auf. Ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich ein Thema. Part nicht schaffen werden. Allerdings. Wir werden es weiter und weiter versuchen. Dr. Evel, das ist ein Dorn im Auge. Da beruf ich mich zumindest. Wie ist man eigentlich auf den Spruch? Ein Dorn im Auge gekommen. Wie doch schmerzhaft. So. So. So muss man das machen. So geht das. Alle. Der. Ich glaube, in den ersten Runden wird hier bei uns nichts mehr durchkommen. Weil er einfach alles... Alles. Weil in der Runde, glaube ich, oder in der Runde oder so, da kommen ja eben, da kommen halt einige durch. Meistens. Normalerweise würden da ein paar durchkommen. Allerdings, die kommen bei uns nicht hier nicht. Okay, sie kommt bei uns durch. Verdammt! Nein! Nein! Mist! Was soll ich tun? Okay, ich lasse sie einfach gleich. Mit denen so gern antippen. Dass er platzt. So, noch einer. Also, ich habe diese zwei Dinger, die er noch bis zu den, bis zu keiner Ahnung, welcher Runde, noch alles schön weg machen. Ich spare jetzt bei einem auf diesen 3600er Upgrade. Ich weiß nicht, ob das nicht lohnt. Vielleicht. Was sind denn das für Lohns? Also, okay, ich glaube, dieser... Okay, nein, 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 nein. Ihr dürft nicht durchkommen. Wenn ihr durchkommt, dann bin ich traurig. Nicht durchkommen. Ihr habt keine Lizenz zum Durchkommen. Wir haben 3000. Kostet 3600? Nein! Das gibt es nicht. Okay, entschuldigung. Bitte. Schnell, 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 schnell. Aktiviertig. Lohnsabotage oder so. Das ist ein sehr heller Farbe. Okay, wir haben ein Dings Max geläht. Jetzt müssen wir das noch Max geläht. Und vielleicht noch was anderes entschuldigen. Ich habe den... Ich glaube, dafür ist es irgendwie so die beste Position. ein Tarnblumen. Das ist ziemlich. Ein Tarnblumen. Ey, niemand kann die Tarnblumen sagen. Niemand. Ich mit einer... Ja, ja, eben. Halt mit einer Dorfskillung muss gehen. Und nur mit der. Und, okay. Und noch ein Ninja-Affe oder so. Ich kann das auch. Defeat. Gut. Vielleicht schaffen wir ihn... Beim nächsten Mal. Den Kerl. Schreibt Tipps in die Kommentare. Ich meine Blutdrucker anfänglich. Ich habe erst gestern angefangen zu spielen. Und ansonsten... Falls ihr euch den Film gefallen habt... Wie immer... Like, Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.